Jetzt bei Red Style. Das alles jetzt bei Red Style. Das hat Style. Also ich bin im Kimono-Trend. Dann könnte das sogar zu schaffen sein. Nebenbei verbrennt ihr übrigens richtig Kalorien wie viele. Das erfahrt ihr auf six.de. Und ich finde, das war es jetzt für heute für mich mit Sport. Aber das mit den Problemzonen, das kenne ich nur zu gut. Und ich habe da ehrlicherweise noch eine, nämlich meinen Kleiderschrank. Kleiderschrank. Ja, das alles und noch viel mehr gleich bei Red Style. We make you happy. Hello zurück. Unsere Red Style Fashion-Expertin Anna Wolfers. Belogen und betrogen. Wann bin ich bereit für eine neue Liebe? Das alles gleich hier bei Red Style. We make you happy. Hello zurück. Noch mehr Red gibt es natürlich Donnerstag bei den Kollegen von ProSieben.